So, dann schauen wir doch mal. Okay, was ist das hier? Da kriege ich Kettensäge ins Gesicht beschossen und sehe auch noch keinen richtigen Weg, das irgendwie zu verhindern. Wie soll ich das machen? Ich schieße mir das egal. Hä? Okay, es richtet mich jetzt gerade ein wenig auf. Ich springe auch noch. Wie doof bin ich denn eigentlich? Ah, so geht's. Alles klar. Holy shit, wie habe ich das geschafft? Komm schon, geh an. Toll, das Ganze jetzt nochmal. Oh yeah, unten ab Fluss. Nie wieder in diesem Level. Sehr gut, ich glaube, den hätte ich auch nicht mehr geschafft sonst. Was ist das jetzt? Oh nein. Oh nein. Verdammt, ich muss einfach schnell genug sein, damit die einpennen. Gut, habe ich nicht geschafft. Das ist jetzt doof. Verdammt. Wie soll ich dem ausweichen? Ich muss einfach mal erstmal warten. Ich muss den jeden hinlocken und dann einfach weg und zack. Alle haben mich verloren. Sehr gut. Was eine Taktik. Oh. Oh yeah. So, was kommt hier jetzt? Ach, na super. Paketen. Das ist doch so scheiße. Verdammte Axt. Los, kommen wir hin. Ja, ich habe euch auch alle lieb. Lass mich hinfügen. So, Paketen. Paketen. Zack, A plus genailed. Misopo. Mal gucken, war eigentlich nicht so spannend. Die Taktik war wichtig und dann war es eigentlich nicht einfach. Das wollen wir uns nochmal angucken. Wir haben noch keine Zeit und sind beim Boss. Sehr schön. Larry Slammend. Wer ist Larry? Das ist Larry. Nein. Das ist Larry. Nein. Oder? Ich glaube, das ist noch nicht Larry. Das sind alles Larrys. The fuck? Oh Gott. Ja, das sind alles Larrys. So, was ich hier... Ach so. Wie muss ich denn... Ah, ich muss Larrys umbringen, irgendwie. Ich darf da nicht rein spinnen. Scheiße. Verdammt. Larrys. Springt nicht an. Los. Das war doch gar nicht an ihm dran. Ich bin ein Larrys. Ich bin ein Larrys. Ich bin ein Larrys. Ich weiß nicht, dass wir Menschen finden wollen. Puh! Das? Ja. Es ist noch ein Larry! Komm schon. Komm schon, nebter Wille. Komm, spring hier rein! Irgendwo. Los, Larry! Weißt du willst es? Nein! Der hat so'n Scheißviech! Ja, so'n Shit, ey! Mann! Blöde Kacke! Larry! Warum? Pah, die Larrys! Du bist dran, Larry! Du bist auch dran, Larry! Komm schon, dritter Larry! Spring auch! Nö, ich bin so'n Vollidiot! Der wär' auch gesprungen! Das gibt es doch nicht. Warum springe ich da rein? Warum bin ich so doof? Warum springt der da nicht rein? Ich wollte doch gar nicht da stehen bleiben. Ich wollte eigentlich... hier dran springen. Kommt! 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 Ein Larry B. Den haben wir jetzt am Anfang ja eigentlich mal ziemlich sicher. Hoopa! Ich dachte, ich wäre schnell den noch weg. Kann falsch geredet. So, nächster Larry. Komm schon! Shit! Abgerutscht! Kann doch nicht so schwer sein. Meine Güte. Dann entgele ich vor allem gar nicht. Ach! Warum müssen die mal so kleine Mini-Drecks ran schießen, wenn die rausspringen? Mini-Maden! Das war knapp. Ja! Zwei Larrys weg! Komm schon, letzter Larry. Komm, letzter Larry. Oh, das war käpplich. Nn? Oh! Naa! 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 Super! Ein Larry weniger. Komm schon! Zwei Peter Larry. ich weiß noch einer von euch will springen jetzt kommt halt her ich bin dann in die falsche richtung man geht doch selbst noch auf der seite hier dann ist alles okay ich weiß du willst ja jetzt springt da weißt du da hinten wenn ich einmal rüber renne ich habe das gefühl ist es ziemlich random wann die springen oder folgen die alle irgendwie ein muster ich hätte mich ja echt mal interessieren ob die den muster haben zum beispiel jetzt springt oder so der will einfach nicht hüpfen soll das wie ich ihn dazu das soll jetzt einmal mehr zu knapp das gibt es doch nicht der springt einfach nicht der springt gar nicht mehr ja jetzt hat er mich erwischt toll ich dachte er mich auch noch reingehüpft schlur wie spielen Ein Larry weg. Wo sind die anderen Larrys? Da sind die anderen Larrys. Komm schon. Ich weiß, dass es heute hier ist. Ein Larrys weg. Oh, der dritte ist auch fast. Ah, egal. Komm schon, der dritte Larrys. Bring mich an. Warum bin ich da reingehübt? Warum springt der nicht mal weit genug? Was ist das? Was ist das? Ach, da kommt er jetzt. Toll. Genau so. Irgendwie kann ich... Muss ich da durch oder so? Kann auch irgendwie nicht sein. Das ist doch immer scheiße, dass die größer sind, als die einen sind. Okay. Okay, zwei Larrys mit einer Klappe. Kriege ich jetzt auch noch den dritten? Komm schon. Natürlich nicht. Der springt ja wieder nicht. Weiß der Geier warum. Was ist das jetzt? Könnte ich einfach ihre Fallensmuster ändern. Der war doch nicht mal draußen. Ich versuche jetzt irgendwie durchzuspringen. Das muss ja klappen. Ich versuche jetzt nicht mehr. Ich versuche jetzt die Lücke, die Lücke ist groß genug. Ja, okay. Und jetzt? Wenn das jetzt wirklich das Rätselslösung war, dann fände ich das höchst asozial. Komm schon, Larry. Ich bin direkt hier. Komm, kriegst mich. Los. Schnapp mich, Larry. Hm. Ja. Uh, jetzt steht er da und schreit. Was soll ich jetzt machen? Ha. Spring. Ha. Huh. Das war knapp, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich hätte es fast verpeilt. Was ist das denn jetzt? Oh. Oh. Hat der einen Cyborg gebaut? Nee, er hebt einfach nur ab. Spreng Meatball. Wie noch eins. Ich dachte, das war's. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das das letzte Kapitel war. Na gut. The End. Natürlich. Was sonst? The End. Heart. Das war's. Spreng Meatball. Immer wieder rein. Das war's. Zum 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 tschぎ. Sino. Woo. Von Br Göopp wurde in Miami.